In DDS-CAD 16 haben wir die Erstellung Ihrer Projektdokumentation nochmals deutlich verbessert. Die gesamte Drucklayout-Konfiguration ist jetzt in einem kompakten Dialog zusammengefasst. Hier wählen Sie das gewünschte Papierformat sowie das Schriftfeld aus und erhalten umgehend eine Vorschau des Drucklayouts. Außerdem ist es nun möglich, ein bestehendes Drucklayout direkt aus dem Explorer zu kopieren. Auf diese Weise müssen neue Layouts nicht einzeln konfiguriert werden. Ein überaus nützliches Werkzeug für größere Projekte ist die Funktion Mehrere Drucklayouts ausgeben. Wenn Sie eine Reihe von Layouts drucken müssen, spart diese Stapelflot-Funktion eine Menge Zeit. Um die Qualität Ihrer Ergebnisse zusätzlich zu verbessern, ist ab sofort OpenGL für den Druck- und den DWG-Export verfügbar. Wenn Sie mehr Videos über DDS-CAD sehen möchten, abonnieren Sie unseren Kanal. Aktivieren Sie die Glocke, um über neue Videos benachrichtigt zu werden.